Herzlich Willkommen bei der Paradies-Hotline, Ihrem persönlichen heißen Draht zum Paradies. Es geht für mich um den Kampf ums eigene Paradies, ums Wohlbefinden, die Suche nach dem Paradies, aber auch geht um Sehnsucht, um dieses Gefühl festzuhalten, wiederzufinden. Gerade in dieser Zeit, wo es so ein großes Bedürfnis gibt, finde ich fühle ich, spüre ich nach Schönheit, nach Trost, nach ein gutes Gefühl. Ohne dass man natürlich die Welt, worin wir leben, leugnen, das spielt immer mit. Oh, look at all this beauty!